Sollen wir wieder Eisen? Ne Obsidian. Achja, das waren die netten Herren. Ach so. Da. Oh, Jamie hat ein Level up, sehr gut. Drück so hin und direkt. Ei. So, machen wir mal so. Für ihn haut das da nicht aus, den Latschen. Ganz im Gegenteil, ihn interessiert das sogar gar nicht. So. Soll nur noch der hier. So, die beiden dann. Hat sich die Sache auch. Astrarium. Okay, das sollte machbar sein. Nein. Wenn ich nicht irgendeinen misspauen würde. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Mann. Jetzt aber. Aha. So. Kiosk im Volksmund als Chaos. So. Und einen müssen wir neuen schlüsseln. Obsidian nehmen wir natürlich mit. Ja. Hier ist der Wuthern drin. Tiefenpilze. Pyridium. ah der wohl dann der den freut mich hier freue ich mich natürlich sehr getränke von thedas ist nicht der webern doch das genau da so egal was es ist wir wollen es nicht wo dann sollte eigentlich nicht mehr lange leben sagte dann sollte nicht mehr lange leben nicht werik genau das was nicht passieren sollte ich mache mir alles kaputt zwar wir wollen der stirbt jetzt mal die anderen hauen ab mit dem kleinen sports freund hier da oben wurde dann nur in klein so aber noch ein das mag ich jetzt nicht unbedingt der tage bringt gar nichts auch gut zu wissen lässt sich also nicht von unseren blitzen beeindrucken ganz im gegenteil jetzt nicht unbedingt eine freundliche nachricht für uns aber ist okay wir finden immer wege ihr macht das schon plündern königsschuppen auch nett geridium hier hinten aber auch noch was dann können wir zu judith zurückgehen hier wird ja schließlich auch noch was für uns zu sagen haben so wie zum beispiel seid ihr eigentlich verrückt was macht ihr da für ein mist ich kann mir alles vorstellen wenn hier können wir auf die sind gehen wir sind leder hier können wir dann doch ohne probleme auf die sind stehen das ist ohne probleme ohne irgendwelche bedenken die wollen dazu jetzt haben wir ein biese hinterlegt und kommen nix baum ist ein buch unverarbeitete haut ok gehen wir wieder richtung drachen bzw judith ja auch irgendwo beim drachen ist von daher war es ja nicht unbedingt falsch und es hat keinen one up inquisitor zusammen halt gruppe gewinnt durch erfolgreiche fähigkeiten kombos zusätzlichen fokus sehr schön was nehmen wir doch natürlich gerne an die kombo mehr fokus so hallöchen willkommen zurück ich habe die uhrwerben oben in der höhle getötet wenn ihr wollt könnt ihr ihren kadaver haben und auch nicht das will hier für eure mühen ich hoffe ihr habt verwendung dafür schönen guten tag aufeinander mal gebt auf euch acht immer mühe da hinten ist ein drache nicht eigentlich schon gerne erlegen würde der drache hat meine aufmerksamkeit bekommen und ich hoffe wir bekommen seine warte bald und ich hoffe ich hoffe ich habe in der in der in der platt in der in der in der in der in der kriegen wir jetzt den nordjäger platz ist die frage wahrscheinlich immun sein gegen meine blitzangriffe nee ist er nicht er ist nicht immun oh mein gott ich bin genau mitten im blitz drin nee halten wir fest ist keine gute idee lassen wir immer noch lassen wir immer noch gut spiel ist abgeschützt ich wollte sowieso die folge beenden wir sehen uns in der nächsten folge von dragon age inquisition bis dann haut rein und tschüss